wissen wir schon der trick ist ein salto zu machen dreh dich mal haben wir jetzt ein salto yeah und jetzt noch eine schraube und gucken wir mal wie wir landen oh oh shit ey ja das soll ich das speichern ja ne er war ja auch kurz da als ob das gerade passiert ist wir sind hinter uns das war bestimmt ein fail von gta es riecht uns reingebrettert niemals hat er das gerade gemacht michael ballack guck mal er macht so er haut halt alles raus doch hat es dir gefällt der kommentar die 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 irgendwie den Das roter Blatt ist einfach abgeflogen, oder? Ja, das hatte ich noch nie. Ich glaub, Granate. Wenn du lange in der Hand hältst, wirfst sie rein und in dem Moment aktivierst du sofort. Und wenn du einen schon doppelkill hast, dann hast du halt sofort schon einen. Du musst dich nicht mehr anstrengen dafür. Wieder ein Doppel. Ja, ein Triple! Ich hab Dings aktiviert, ne? Ich hab ihn fertig! Du wärst ja voll der Psychopath und so. Hab's doch richtig ernst genommen. Aber lass mich mal fahren. Ich will das zeigen. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Alter! Er ist ja perfekt drüber gesprungen. Ich spring drauf. Wir sehen uns ab. Ahhhh. Haha! 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 Ja, ja, come on My mama told me One day I'm gonna grow up big And I'm gonna be your king And my papa told me It's okay to sit where shit hurts Don't forget